weil er denkt er denkt weil er denkt der ist der coolste ja wo ich krieg eine errungenschaft nicht ernsthaft oder das der film ist jetzt hier ernsthaft wieder die errungenschaft für diese scheiß workbench bekommen 5 minuten dauert das die sporen was ja aber lieber die alte sein macht einfach mal genet an es ist doch nur mist was hier rumliegt dennoch gebrauchen weiß ich doch nicht für was man nimmt das zu voll so was ich auf jeden fall gucken wollte ich hab das lassen wir so so dass wir stehen muss man verstellen was mag bratwurst das ist doch die wahrheit bratwurst schon wieder mal genäht aber nein nicht müllton immer genäht habe ich gesagt will dann ausmachen so und so sollte eigentlich das lassen und so und so und so das lass ich jetzt einfach so fertig mit centros nicht mag pech gehabt nicht mein problem da ist das scheiß ding ist nicht mein problem fertig fertig aus da ist dieses hässliche portal von denen und dicht das ist zu geil dass du das einfach mit netbook dicht machen kannst hast du dann wieder die brille aufgesetzt die super die brille unglaublich heute nämlich gerade mal gucken die wollen uns doch hier erstellen und nicht einfach her schieben ja es hat genervt ja 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 ne ich will zuvor ja ja ich ja ja sagen sie alle alle sagen ja genau alle so was geht ab mexiko paris hat den wiedersehen aber das ist so hoch zu niedrig zu klein zu groß was denn noch alles aber nicht schwer über alles hier du bist ein spinne ich weiß ist ja das lustige daran nein nicht wackel 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 Handy wackel wackel oh ja wir haben gleich schon 40 minuten und warum habe ich angemahne trastatur so komisch eingeklemmt hey ho let's go hey ho du bist du musst du nur gehen na 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 ja wirklich hätte ich jetzt auch jetzt habe ich nur gegeben ja ja verbrenn bern 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 zombies und feier ich glaube da mache ich ein paar spawner der ganze müll waschen so hier läuft alles das lassen wir jetzt mal so laufen hier wieder bis die energie alles das ist super und dass ich die einstellung das ist schlecht nee das ist super was ich gerade einstelle ja ja hallo da du bist im puff gemacht das habe ich jetzt nicht verstanden aber egal was doch ich habe die einmal abgebaut deswegen kann ja hier läuft das schon mal hier kommt sand an das passt sondern mehr centos ist ein kleiner nicht seit dass du stehst das stimmt trotzdem jetzt habe ich wieder körper in der hütte wirst du doch schon wieder ja ich schon wieder ein körper ins haus an das das sind körper eben bei mir so ausgelassen körper zerstört ist unten an das buch gegangen dass man weder eingesetzt du mich auch du sagst mit uns habe ich sie gegeben doch höll doch mach ich gleich auch ich alles meine mami sagen macht das viel spaß okay bis gleich ich habe immer noch kein aussehen nein also das war noch nicht wirklich angefangen oder nein weil ich einfach momentan kaum lust habe auf minecraft ja oder zu zocken allgemein allgemeine unlust beim zocken man glaubt das ist einfach einfach weg einfach die lust ist weg das geld mit dem wusch kriegst du gleich einen ins gesicht aber heute ist der bad wie heißt das peace bad in day oder so da sollst du dran denken heute einfach im bettchen bleiben ja normalerweise hashtag lieben bleiben aber bevor dieses video raus ist das hashtag lieben bleiben schon weg ja schon lange ich bin holz nämlich jetzt das dunkle okay in 20 minuten haben wir in 23 minuten wenn sie ihr kind abzugeben zu haben und einfach bildchen saugen müssen streuen sie es einfach mit paprika ein und bringen sie sind doch vorbei ja du hast kleine kinder ja du mich auch selbst gut okay die klappe du hallo voll übersteuert voll unprofessionell von dir doch du hast geld gesagt ja was denn hat jeder gehört so was böses mache ich doch gar nein nein und zu auch bin doch ganz lieb auf jeden fall bist du ganz lieb ja ganz lieb ach scheiße ist auch ein zombie verpiss die doch einfach die sterben zombie kann man zombies nicht namen geben mit so einem dog tag glaubt das geht nicht oder gibt's die überhaupt hier dog tag die gibt's gar nicht oder wie heißen die denn die heißen doch oder heißen die nur tag oh nein oh nein gollum nametag ne das sind nur gollums gollum 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 ich mach einfach random jetzt ne ich hab jetzt keine ahnung ob ich den wirklich bauen soll mach doch ich weiß auch gar nicht aus was dich bauen soll das ist vielleicht kannst du ja auch in die hosen scheißen ja das habe ich schon darum ist es gerade auch so warm hier achso wow ne ein chunkler hat mir hier echt nicht stehen jetzt muss ich da keine sorgen machen hm hashtag in die hose oh nein oh ja lecker kommt hier schocobuff wieder ne kommt kommt ne kommen gar keine ach jetzt haben alle keinen bock mehr hm möge ich schon und so dann müsste irgendwie mal noch in den dschungel reingehen und ein paar lian holen oh du bist pummel luf nein doch nein du bist pummel luf nein pummel luf 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 klar dass die scheiß jetzt hier unten drunter schwebt hier oder was oh man hatte ich dort nicht schon einsortiert irgendwie nein schon wieder so ein komischer Adler hier oh da schade dass man diese Adler nicht behalten kann ja da hab ich dort schon einsortiert oh wir gegen diese hava mod keine ahnung wie es da geht da wirst doch balla balla ja aber wirklich balla balla bist du so so balla balla nein doch nein doch 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 das musst du mir erst beweisen balla 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 das musst du mir erst beweisen ne gar nicht beweisen doch zack zack soo noch mehr dörr schön mal kneter machen so passt das dann haben wir das dann machen wir so einen schnellen hochgang das sollte eigentlich reichen jetzt und die dörr da ist auch nicht fertig dörr 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 die dörr dörr die dicke dörr 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 mädchen jetzt weiß ich den song nicht mehr toll aber ich weiß noch nicht ob ich vielleicht das crystalportal später noch ins haus reinsetzt unten irgendwo weiter aber ne setzt da nicht noch mehr crystalportale hin macht einfach einen normalen eingang na dass ich das oben weg nehme welches bei mir soll ich das dann unten weiter irgendwo hin ach was jetzt bei dir noch da offen steht mhm das würde die sowieso weg machen oder da sitzt da irgendwie ein raum hin keine ahnung aber mal schauen das weiß ich natürlich nicht doch sehe keine ahnung sucht nö habe ich auch nicht nö 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 doch oder halt einfach bei dir zu hause oder so obwohl anstatt so ein vorgekäfig zu machen können wir einen hühnerkäfig machen ist klar so einen gigantischen hühnerkäfig obwohl nein machen wir nicht das könnte man mal woanders machen wenn man irgendwie minecraft classic spielte also weiß ich doch nicht also nicht von sich überlegen wo man kann es auch hier bauen noch mal was wollte so ein hühnchen gesicht davor hat man eine steine so ein hühnchen käfig hängen diese alten aus holzdinger kennst du mit so einer holz drauf und mein opa früher gehabt ja so welche dinge ich muss sich umsetzen mein poppers tut mir weh ich mache das annehmen ich mache es gerne andersrum ich mache das annehmen das ist dein ernst dass du da jetzt im weg steht spricht mit dir selber doch mich ja hoch sind das heute habe ich ja heute habe ich aber gegen dich ich habe es gewohnt na ja du mir auch hat man hier eigentlich noch dir bestimmt er muss weil das ist das unnötigste was jeder mitnimmt sagen wir noch was jeder hat da alles rausgeklaut ne außer dort und koppelstern ja oder sand Vielen Dank.